Hallo, da sind wir mal wieder. Nicht wundern, ich drehe mal ganz kurz mein Mikrofon. Oh scheiße, dann muss der Popschuss auch gedreht werden. Naja, ist mir jetzt egal. Muss ich halt irgendwie komisch da sitzen. Und ja, auf jeden Fall, wartet mal kurz, ihr dürftet mich ganz kurz nicht hören. Okay, jetzt dürfte es wieder passen. Und ich habe jetzt gerade nur kurz was umgeswitcht. Und ja, das ist eine 20er Gunstweek Solo mit der FAL OSW gerade erspielt. Und warum es nur eine 20er ist, weil mich ein Freund angerufen hat. Und der natürlich mal wieder dachte, dass er anrufen muss. Und dann war ich gerade bei einer 20er Gunstweek. Mein Handy wie, dann hat mein Handy geklingelt und ja. Ja. Jetzt werdet ihr sagen, ey nee, bei dem Kill, da bist du einfach zugestorben. Da hat dein Handy ja nicht geklingelt. Ja, es sieht auch vielleicht so aus, aber trotzdem hat mein Handy geklingelt, sonst hätte ich den bekommen. Und ja, morgen kommt der Philipp zu mir, dann gibt es auch noch einen Kommentar wie mit dem Philipp. Jo, Digga. Okay. Und ja, hier habe ich gerade meinen nächsten Orbi. Ich spiele gerade nicht so richtig gut. Mit einem wunderschönen Glantick, wo Tryhard drinsteht. Nimm mir das bitte nicht übel, aber ja. Ich mag halt's feiern. Ich habe auch kein Thema. Sorry, dass das Video gestern irgendwie ohne Tonaufnahme on cam. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Irgendwie war da kein Ton dabei. Und ja. Da. Hier mache ich gleich meine Skrupelus-Medaille, glaube ich. Oder ich habe sie schon. Nee, ich glaube, ich sterbe nicht gleich schon. Ja, unachtgibig. Und jetzt hat mein Handy angefangen zu vibrieren und tot. Ich habe da nur noch mit einer Hand geschossen und ja. Dann sage ich mal schau und bis dann.